Hi Leute willkommen zu einer neuen Folge Zoo 2 Animal Park. So machen wir schnell fix sauber wie immer. Dann schauen wir mal was wir heute machen. So schnell überall ein bisschen Sternchen sammeln hier. Schon jede Menge und immer mehr. Wenn euch das zu lange dauert schreibt das mal in die Kommentare. Da überspringen wir das in Zukunft. Aber so bekommt ihr wenigstens ab und zu mal ein bisschen den Zoo zu sehen. So und so viel ist es ja auch nicht. Ja zum Glück haben wir uns wieder angewöhnt hier zu reparieren. Sonst würde das noch erheblich länger dauern glaube ich. Das war es auch gleich schon. Oh 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 so haben wir es wenn wir gerade mal hier sind ich habe für puzzle teile eine wasserstelle geholt für eisgehege und die bekommen wer war zuerst da ich glaube der polar fuchs der bekommt die gleich das andere zeug da kommen wir leider noch nicht ran na gut dann schauen wir mal bei unseren zuchten ich glaube so viel war es diesmal nicht genau der koala der ist aber immer noch im club wettbewerb dran ja mal ein zweier drin genau die da ist ja glaube ich zwei stück sind dazu gekommen die worten immer noch draußen bis der wettbewerb vorbei ist so wie es etwas zu reparieren hat man noch genau bei dem aha da haben wir ja nur kleines gehege aber ich habe da schon mit der zucht angefangen genau da werden wir gleich mal das gehege vergrößern wieder auch einziehen kann aber hier haben wir nicht genug platz machen wir mal hier versuchen wir mal hierhin mal gucken wenn die nächste grundstück aktion kommt rabatt aktion vielleicht kaufen wir uns da mal hier die ein paar flächen frei ich glaube das wird trotzdem teuer mit oder ohne rabatt naja mal gucken so vergrößern wir mal auf gleich auf 4 würde ich sagen machen wir gleich vier nach hinten hier drei passen rein da haben was schon da ist wieder ein schönes handliches gehege lassen wir den aha gleich mal einziehen so schauen wir mal ob wir noch ein bisschen deko haben ne für dschungel gehege haben wir nix machen wir mal hier hat er jetzt ein bisschen mehr platz auseinander ziehen hier da so geht das doch von anfang genau so ihr habt sicherlich schon gesehen wir sind auch wieder eine stufe aufgestiegen zur stufe 60 mal gucken eine stufe fehlt noch habe ich schon gesehen haben wir eine aufgabe bekommen oder irgendwo war es jedenfalls können wir dann die transportstation kaufen und dann können wir glaube ich in nach tannenheim in den zweiten zoo ja mal gucken wird aber noch ein bisschen dauern glaube ich so ein paar truhen haben wir auch noch machen wir mal ein paar auf gucken vielleicht bekommen wir ja unsere restlichen zäune hibiscus rosa perfekt da brauchen wir noch welche weiß jetzt gar nicht wie viel gucken wir nachher gleich mal da gucken wir sofort hibiscus rosa ach jede menge dann lösen wir gleich mal das ein vielleicht bekommen wir ja noch ein paar springbrunnen brauchen wir zwar nicht aber ich glaube der gibt jede menge puzzleteilchen wenn man den umtauscht nehmt 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 nix nehmt nehmt ah hier haben wir wieder ein teil sehr gut können wir auch noch gebrauchen wo ist ein bush orange nix nehmt Hm, ne. Hortensie lila. Nein. Noch kein Zaun bisher. Wo ist ein Busche Weiß? Mensch, die gibt es ja in allen Farben. Hm, ne. Blümchen, Schilder und Bänke. Hm, ne. So, die schauen wir noch. Und? Ne, leider auch nicht. Gut, äh. Genau, dann schauen wir mal ein bisschen noch im Inventar, was hängen geblieben ist. Hier war jetzt nichts Spezielles. So, bla bla Zäune. Machen wir ein paar Blümchen. Uh, der arme Giesbärd. Er kommt immer gar nicht hinterher mit Gießen hier. Ah, Platz belegt. Okay, hier haben wir auch alles voll. Machen wir gleich hier weiter. So. Ah, wieder eine Kletterhose. Noch Gänseblümchen. So. Sonnenblümchen. Und hier hin. Ah, geh hier hin. So. Ah, haben wir noch eine Blume von allen hier. Ah, die Büsche. Ach, genau. Das ist von unserer Aufgabe. Den platzieren wir natürlich. Wenn wir da in Bilde bleiben. Oh Gott. 4 von 10. Gut. Haben wir noch mehr Blümchen. Mh. Okay, das ist von... Ach, das ist für ein Gehege. Okay. Aber wir müssen doch noch... Genau. Ich war noch ein paar Blümchen. Kann man leider nicht gezielt suchen. wenn ich hier Blumen oder sowas oder Dekoration eingebe, muss man sich immer durchklicken. Oh, da haben wir ein paar mehr davon. Sehr schön. Oh, da haben wir noch 20. Die kommen mit hier hin. So macht das Spaß. Haben wir noch von irgendwas ein bisschen mehr. Hier 10. Die nehmen wir noch mit. So, unser Inventar leert sich langsam. Können wir dann irgendwann mal umdekorieren hier. Hier haben wir noch ein Zäunchen. Den brauchen wir erstmal nicht. Gut, dann seid ihr wieder auf dem aktuellsten Stand. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis denne. Zusehen. 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 Zusehen.